Musik Herzlich Willkommen zu Inka World. Mein Name ist Hans Martin und ich möchte euch mit Elke bekannt machen, mit Juan und mit Ivan. Wir vier werden im Sommer in den Alpen eine spirituelle Reise anbieten, die sich die Hatun-Karpai-Alpen nennt. Und wir möchten euch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Hatun-Karpai ist ein Ritual der Initiation in der Andien-Mystical-Tradition. Und es hat eine sehr tiefere Verbindung und Respekt für die Mutter Natur. Musik In Südamerika, die Andien sind die Spiegel der spirituelle Tradition, wie in Europa in den Alpen. Wie in der Hatun-Karpai werden wir die Energie der Power Pläcken, um die Rituals zu bringen, die zu ermöglichen, die zu erzeugen, der Veränderung und Veränderung. Wir machen all das an bekannten historischen und auch an kraftvollen Plätzen, wie beispielsweise der Zugspitze oder dem Großglockner, Deutschlands und Österreichs höchste Berge. Und wir gehen auch zu Schluchten, an Seen, an Flüssen und zu vielen kraftvollen Orten. Wir werden uns auch mit den Legenden und den Mythen aus der Bergwelt verbinden oder beschäftigen und werden versuchen, etwas daraus zu lernen, was unser Leben verändern kann. Wie auf einer Pilgerreise werden wir einem Pfad folgen, der verschiedene Kraftplätze miteinander verbindet. Und wir werden weiterhin Übungen lernen, die wir auch später in unserem täglichen Leben anwenden können. Die Hattokapa in den Alpen hat also das Potenzial, eine lebensverändernde Erfahrung zu werden. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn euch das interessiert und ihr mit uns dabei seid, im Sommer in den Alpen. Jawohl. In diesem Sinne, bis bald und wir freuen uns. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.